Hallo und herzlich Willkommen zu TTT, einer Mod für Arma 3, gespielt auf Playstation 4, mit allen Vollidioten, die sie sonst auszusehen können. Hi. Was ist dein Mulder? Auf welchem Ziel, Simon, Simon, auf welchem Ziel kann man sich in Legend of Zelda Skyjard's Wort fortbewegen? Äh, Vogel, Zinnobabvogel. Was? Ein Zinnobabvogel. Hat irgendjemand schon Waffen gefunden? Oder was sind die Auswahlmöglichkeiten? Ja, ja, Vogel hat schon gestimmt. Okay. Alter, was ist denn das für ne Map? Also hier geht's nicht weiter. Das ist ne Map? Eigentlich schaut die ja cool aus, aber ich hab keine Waffe. Ich hab Muni gefunden. Ja, dann Crowball machen wir uns halt. Ähm. Ja, wie in Fortnite halt. Ja, alles. Ich hab die Crowball. Geh weg. Hä? Hä? Zahra. 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 Ey Jungs, Jungs, warte mal, Xaver komm mal her. Ja, ach geil. Was war das grad? Ey, werden hier grad Traitor-Waffen verteilt? Ja. Dann komm ich da nicht hoch. Simon, ich würd dich an einer Stelle schnell verpissen. Oh mein Gott, ich häng hier fest. Tschüss. Da ist jemand umgefallen. Was? Ich war das nicht, ich war das nicht. Wie? Ich war das nicht. Guck in die Leiche rein. Wie ist der gestorben? Guck rein. Simon steht da. Nein. Was steht da? Kopfschuss. Schnell runter, 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 runter. Der Maxi-Snipert. Der Maxi-Snipert. Ja, aber du weißt ja nicht von wo. Ja, das muss ich auch nicht wissen. Okay. Ich weiß, dass ich besser bin. Okay, Leon lebt noch. Dann ist es dann... Natürlich lebe ich noch. Ich hab dich die ganze Zeit hier versprochen. Scheiße. Im Wasser bist du tot. Zaber? Also... Oh nein! 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 Warum brechen da die Bretter weg? Hi. Okay, wer war's? Ja, Maxi war's. Warum willst du nicht einfach, Leon? Ja, weil die anderen beiden relativ sicher inno waren. Dann krieg ich nen Karma Reset. Entweder ich oder du warst. Du musst bestraft werden. Ja, okay. Da müsste in jedem Haus ein Sniper sein. Das macht Spaß. Aber es ist egal. wie der Schau einmal umfällt. Ich hab's erst gar nicht kapiert. 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 Ich hab's schon mal einen auszusehen. Die runterfallen sind. Wie komme ich aus dem Haus raus? In der... in der nächsten Runde gibt's nen Karma Reset, wenn ihr es jetzt nicht überträgt. Das ist kein Problem. Okay. Ja. Äh... Wie komme ich aus dem Haus raus? Gehen. Ich hab schon ne Waffe, deswegen kann ich die nicht aufnehmen. Soll, wo bin ich? Oh, ich bin am höchsten, ne, da ist der höchste. Ich bin bei der, ich bin am tiefsten Punkt. Ich bin bei der Windmühle. Da kommt der Leon. Da kommt der Leon, der Leonar. Leonar. Ich habe irgendwo schon wieder Leonar gelesen bei irgendeinem Spiel. Hallo? Bei welchem aus Interesse? Weil eigentlich muss es ja fast ich spielen. Nee, nee, nee. Weil ich wusste nicht, wer... Ja, doch, doch, genau, das war ein anderer. Leonar hat der geheißen. Aber das war ein asiatischer Spieler. Ich weiß nicht, ich habe Simon schon weggemacht. Ich weiß gar nicht, warum Simon noch redet. Wo ist der Maxi? Hä? Okay. Sag ich euch nicht. Ja, vielleicht hat er irgendwie mit meinem Account geklaut. Sonst muss ich beim... Vor einem Adler. Au! Ich lebe übrigens noch. La, was, Alter? Hier ist etwas explodiert. Richtig. Ich habe mit einer Pistole einmal auf den Fass geschossen. Nein, klar. Und das Fass ist instant explodiert. Geil. Gibt das Handfässer so an sich? Ja, manche explodieren nicht so schnell. Ja, manche können... Also wer auch immer mich hier findet. Ist Kais. Ja, du bist oben in einem fetten Haus, gell? Ja, genau. Ja, schau, der hat dich schon gefunden. Der war doch gar nicht bei dir. Nein, hat er nicht. Achso, okay. Aber ich weiß, wo du bist. Du bist da runtergefallen, oder? Die eine Stelle, warte mal kurz. Hier kann man da runterfallen, irgendwo. Und da ist man dann... Boah, sind nicht mehr Viecher stark. Und da kann man auch nach unten. Ja, aber die knabbern erst mal immer Zeit, gell? Leon, das war hier. Wo ist denn? Ne, Leon, das ist scheiße. Da wäre noch eine Schottgang-Leon, falls du willst. Ich bin jetzt in irgendeinem Haus. Maxi, lebst du, ne? Oder ich verscheid mich in einem falschen Haus. Aber ich habe jetzt... Oder bist du an den Piranians gestorben? Ne, ich lebe noch. Okay. Naja, ich habe dich gesehen. Ich habe dich sonst dann aufgeknallt. Ah, ich hätte ja eh nicht getroffen. Hä? Ja, Leon ist es, oder? Weil es wieder so lange dauert. Ja, irgendwie. Da habe ich ihn in der Insel überwerfen, wenn es eine Ecke ist. Ich weiß schon, dass ich das auch kann. Verdammt. Und wenn du in der Insel bist, habe ich noch genug Zeit zurückgewerfen. Ich bin im Block da, wo ich... Und Simon war bei mir übrigens. Er passt auf eine Bombe auf. Simon bewegt sich, ja. Wenn er ein Death-Body liegt, nicht von Firmen. Simon will mich töten. Wenn ich jetzt sterbe, war es Simon. Okay, Xaver? Ja. Und bist tot? Ne. Dann bist es du. Ja. Hast du, wo ist der Simon? Der ist in dem Haus da gegenüber von dir. Hallo. Hi. Was unsere schöne Deckung zerstört. Wow. Die Deckung, die ein Pistelschuss aushält. Okay, 10 Sekunden. Ey, ein Pistelschuss reicht, wenn du den anderen mit einem umdringst. Sarah? Was schalltest du da so komisch rum? Das sind noch 10 Sekunden. Was hast du da in der Hand? Warum? Du bist Overtime. Ein Sniper, Simon ist es. Hä? Hör auf! Warten mal, Dommi. Keine Sorge. Ach, das ist auf dich. Sonst würde doch nicht so... Der ist Däscher tot. Nope. Scheiße. Why, Leon? Why? Leon? Ich bin doch nicht mit dem Flammen-Game. Fick dich. Echt jetzt? Du weißt, dass man das so macht. Wenn du es jetzt verhaust, geh ich drauf. Oh, Glück gehabt. Er hat den Ding. Ich hab ihn angefackelt. Er kommt von da links. Also von dir aus rechts. Fünf Sekunden. Reise. Schade. Wie bist du denn gestorben, Maxi? Headshot. Achso. Ne, weil ich hab das nicht gehört oder gesehen. Keine Ahnung. Das wär ein Pech, aber auch Simon. Ja, ich hab schon die ganze Zeit wusste, wo ihr seid. Aber ich wusste nicht, wie ich euch am besten wegmach. Ja, den ersten Schuss hast du verfehlt, Simon. Dann hab ich mir gedacht, jetzt schieß ich mal nicht. Vielleicht wollte er es und dann war ich tot. Ja, das war halt nur noch irgendwie so 20 Sekunden, deswegen hab ich mich schon versteckt, aber dann war auf einmal Overtime. Oh Gott, ich hab da grad was entdeckt. Ja, wegen mir war die Overtime dann. Ja, da musste ich dann ganz schnell reagieren, dann kurz. Als ich dann selber so gesehen hab, so 10 Sekunden, dachte ich mir so, hm, sollte ich vielleicht doch mal anfangen. Wolltest du einen auf Leon machen, oder was? Ja, irgendwie, ich hab's, wo ihr dann, hallo, ich hab keine Waffe. Leon ist es! Glaubt das irgendwie nicht. Glaub ihm das Ausmaß, weil es mal... Und? Du glaubst es immer, wenn jemand sagt, Leon ist es. Ja. Weil das... Du 8 Sekunden sind. Und Maxi ist gerade raufgefallen, der Vollidiot. Was? Ich bin grad so anders. Ich weiß, wo du bist, du bist hinten bei diesem komischen Schiffding. Oh, scheiße! Wer ist es? Lebt er aber noch? Hey, Domi, wenn du's nicht bist, lass dich nicht verwirren. Nein, ich bin's nämlich auch nicht. Ich bin's nämlich auch nicht. Die Tauben machen mich so fertig. Ja, mich auch. Hast du grad geschossen? Ja. Ich schieß die Fenster von dem Haus auf. So weit ich mich schon weggebrusht hab. Leon, lebst du noch? Ja. Sava, lebst du noch? Geh. Ich glaub nicht, dass es Däscher ist. Ich glaub, Leon ist es wirklich. Äh, ich stelle nicht das erste Mal, dass ich gewöhnen im Kid würde, also. Ist denn der Pfeifenkopf? Wer ich? Nein, nicht du. Oh Gott. Was denn? Melde dich. Was ist los? Ich bin hinter dir, schau mich an und schau auf mein Leben. Oh. Ja, dann... Dann ist es Leon. Lass dich nicht snacken. Du bist tot, oder? Nee, nee. Dann komm da runter, du bist Fischfutter, Eure. Ich mag grad schon Fischfutter, wenn du's genau wissen willst. Ja, ich weiß. Ich... Sehen. Oh! Nein. Ich hab ihn auch gerade im Moment gesehen, so. Ja, ich hab keine Sniper gehabt. Ich hab ihn ja gefunden, nur mit einer Schottie, weil... Ja, look. Wo geil ist so ein Case. Ja, ist halt echt so. Geil. Ja. Ja, wirklich. Leon, in der ersten Runde konfirmt. Weißt du, in der ersten Sekunde konfirmt. Ja. Xaver, hast doch eh schon Glitzkammer. Du arbeitest doch eh dich nach oben. Ja, aber... Ich weiß nicht. Ich hab vorher 700. Ja, jetzt hast du 830. Ja, aber die Runde ist schon mal gelaufen. Ja. Nächste Runde dann kriegst, was so ähnlich ist. Nächste Runde dann. Nächste Runde dann kriegst, was so ähnlich ist. Nächste Runde. Komm, gell? Ich find das immer so lustig, wenn ich miesen muss. Warum findest du das lustig? Du miesst. Was heißt das nicht? So irgendwie... Retarded oder so. Das liegt in der Familie, wie ich vorhin schon gesagt hab. Wie zur Hölle. Kommt man da rein. Wo rein? Du bist im Gefängnis, oder? Ja. Ja, ich hab keinen Schimmer. Ich hab's auch schon in Ewigkeiten probiert. Und wenn ich sterbe, ist es Simon? Maxi, geh bitte aus dem Weg. Du bist so dumm, Junge. Warum? Weil du da runterspringst. Ja und? Waren noch 12 Leben. Na gut, auch so. Okay, Leon, er hat einfach wieder da reingeschossen. Das kann ich nicht dulden. Okay, scheiße. Ja, war's aber nicht. Ja, aber er hat mich runtergeschossen. Dann ist es Zaver oder Walrek. Ja, wow. Ja, gut. Dominik ist gerade gestorben. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Loll! Ich wurde geschwitzt! Loll! Hat der jetzt seine Identität oder wie? Ich weiß nicht. Oder hast du Leben verloren? Was ist passiert, als du geskeptet würdest? Welche... Warte weg ist es! Welche Symptome kann ich... Warte weg ist es! Warte weg ist es! Er schießt auf mich! Exara? Ja? Wo bist du? Ich hab' ja immer noch geknallt, weil ich wieder in mein Versteck war und da die Digger reingeschossen hab. Ja, ich dachte, ich bin erst in mein Versteck. Und dann hab' ich mir gedacht, so... Ja, wenn der einfach Urhef machen könnte, kriegen die Dinger da kaputt, schießt die da normal nicht stehen, dann muss das sein. Dann hab' ja auch noch Schaden gekriegt und dann hab' ich einfach... Weißt du, ich war's jetzt so geil von der einen Seite, dass da der Zug direkt so durchfährt, dass du in mir voll ins Gesicht reinguckst. Nein, du kriegst kein Kamer. Du hast gesagt, ich krieg' nächste Runde Kamer. Nächste Runde, ja? Nächste Samensrein! Nächste Runde! Nächste Runde! Nächste Runde! Du warst grad auf 835 oben, jetzt bist du wieder bei 692! Ja, weil ich halt Leon abgeknallt hab und das ist viel zu hart. Diese Bestrafung, die man da kriegt war mal immer. Viel zu hart, das ist viel zu hart. Das gehört zum Spiel dazu. Oh, fuck, fuck, fuck. Deswegen gibt's das Karma! Da muss man sich wieder aufhalten. Wer hat mich runtergeschmissen? Nein! Jemand ist gestorben. Naja, ich lebe noch. Ich kann hier in dem Wasser irgendwie schwimmen aus irgendeinem Grund. Ja, da wo du mich nicht gepilzt hast, konnte ich auch rutschwimmen. Ah, schade. Gut zu wissen. Ja, hast du mich runtergeschmissen? Du hast eine Pistole gefunden. Sag nicht mal was. Wer denn? Ja, ob mich jemand runtergeschmissen hast. Du. Warum soll ich dich runterschmeissen? In der Folge? Ja, jetzt gerade. Ich bin einfach runtergefallen. Sicherlich nicht. Wo war's? Doch, Dasher kam da her, wo du... Dasher kam auch... Ne, warte mal, das ist kein Blutflag, vergiss es. Simon, 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 Simon. Geh da rein, da ist eine Shotgun drin. Warte, warte, du vertraust wenig. Hier, nimm die. Ah ne, die hat Schüsse. Die hast du gerade eingesammelt. Ich trau dir echt... Okay. 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 Aber ich trau... Das ist... Das macht dich jetzt irgendwie noch mehr suspekt, gell? Dass du mir jetzt eine Waffe gibst. Mir doch egal. Seh nix. Also ich geb jetzt... Ich geb jetzt... Ich geb jetzt... 20% einfach auf Leon, okay? Wie jede Runde einfach. Ja, einfach nur. Leon ist es ja sowieso. Von dem her ist es egal. Ja. Ja, aber diesmal... Ja, aber diesmal... Diesmal hab ich's im Blut, dass es Leon ist. Achso, da ist Walrek. Walrek, wieso kapistest du nicht? Ist der Maxi? Ja, weil jetzt ich nicht bin. Maxi ist runtergefallen? Ja, aber nicht weit. Dann ist der Xaver. Ja, weil... Der ist auch so sau still, ja? Vielleicht ist das schon tot. Es waren nirgendwo Kampfgeräusche zu hören in meiner Nähe. Der Sitz garantiert... Ja, wer ist denn jetzt gestorben? Ja, okay, Xaver ist es. Ja, okay. Wie bist denn du so schnell da runtergekommen? Ja, wer ist denn jetzt tot? Ja, du! Bin gelaufen. Ja, und wer ist tot? Ja, wahrscheinlich der Leon. Oder Leon ist... Leon? Leon ist auf jeden Fall K.O.S. oder tot. Und der Desha, was ist mit dem? Der Desha hat mir ne Waffe gegeben. Ist suspekt. Hat er mir auch, Desha. Aber ich... Hat er die auch. Also... Das ist irgendwann vorher mal. Hm. Ist suspekt, aber jetzt... Das ist Xaver, Leon oder Maxi? Das ist wieder Leon. Ja, wow! Du oder du? Ja, ich bin's nicht. Ja, alle außer ich sind. Aber zu 100% ist es... Leon. Ah, okay. Also auf Leon dürft ihr schon mal schießen. Wie? Ich frag dich nicht, ob ich auf den schießen darf. Ich mach das einfach. Ah lol, wer ist da? Da war grad irgendwer. Wo ist der hin? Ach da. Sascha. Sascha. Ganz ehrlich, Maxi, du bist wieder so suspekt. Ach schön. Ach, der lebt noch. Sascha, du bist so ein random Spast. Ne! Sicherlich nicht. Das war so random. Da regt sich der Max wieder aus. Ja, natürlich, weil ich nichts getan habe. Ich hab nicht mal Leon getötet. Der ist irgendwie von selbst gestorben. Weil der Missing in Action ist. Keine Ahnung wie der gestorben ist. Der ist Missing in Action? Ja, der ist runtergefallen. Habt ihr das aber einfach nicht mitbekommen? Ja, warum sagst du dann? Warum sagst du nichts? Ja, warum soll ich dir was sagen? Ja, das würde ich jetzt genauso sagen an deiner Stelle. Sascha ist es. Was? Sascha ist es. Sascha ist es, ja? Du bist doch gerade wieder gesporned. Nein, ich hab Sascha getötet. Mhm. Ich glaub den beiden nicht. Nein. Du bist schon confirmed Traitor, du Spacken. Echt? Oh fuck, jetzt bin ich ins Wasser gefallen. Ah, Entschuldigung. Jawoll, Sascha ist tot. Ja toll, jetzt kann er sich ein item kaufen. Toll, Max, aber wirklich. Nein, toll. Oh, ist das geräuschig. Ja, das Geräusch bleibt dann immer, gell? Das ist richtig, richtig. Wer bist du? Doch, das ist schon der richtige. Das ist ja auch schon der richtige. Es ist immer so dumm, wenn ich Traitor bin, wird einfach auf mich geschossen. So wie Dascher vorher. Manchmal hat man es einfach im Gefühl. Dann sagt sie, wieso auf dich mit wenigstens nicht immer einfach so geschossen. Ja, Leon, bei dir sag ich ja nichts. Bei dir ist es halt so. Bei dir ist es halt so, Leon. Da kann ich auch nichts dafür. Irgendwie müsste ich mal die Mühe machen und alles zusammenstellen, wie oft wir gesagt haben. Leon ist es. Ja, ungefähr. Pro Folge 30 Mal. Selbst wenn er nicht dabei ist, hat man das schon gesagt. Sieben, da liegen wieder drei statt ganz drin. Und jetzt kann ich selber noch sagen. Ich hab eine. Hey, und eine Runde komplett innocent. Geh, geh. Da ist es. Mach mich doch. Komm Leon, wir battlen uns jetzt. Okay, Leon schießt auf mich. Äh, er schießt auf mich. Wir haben uns geschoben. Dann töte ihn. Ne, wir sind jetzt Blutsbrüder. Ja, er fühlt. Das ist viel zu auffällig für Leon. Der probiert jetzt anders zu spielen und sich abzulenken. Ja. Du manipulierst nur, Simon. Ja. Du manipulierst nur. Ja. Ich bin dafür, dass wir Leon abknallen. Ich bin dafür, dass wir Leon abknallen. Leider bin ich dabei. Ich bin auch dabei. Okay. Danke. Der Bewusstsein ist schon drin. Danke. Jungs, ich hab ein Einsatz gehört. Was du dich tut. Ich bin da. Nein. Ich stimme dazu. Wenn ich sterbe, ist es sehr schön. Du, ich hab's getan. Ich hab's getan. Fuckin' Arschloch. Okay, gewonnen hat der Täscher. Ja. Den einen Punkt. Fuckin' Arschloch. So, bis zum nächsten Mal, Leute. Hau rein. Also, ich find das nicht in Ordnung, dass ihr... Also, ich find das nicht in Ordnung, dass ihr... ... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.